Oh, ist das nicht romantisch? Ich wünschte, wir wären so. Wow, jetzt nicht stoppen. Gib mir die. Ich will den Kuss sehen, komm schon. Hör auf, den Film zu stoppen. Ich hab genug davon. Ihr könnt mal pausieren. Also, was ist mit dem Kuss? Liebst du es, die Geschichte zu verändern? Du musst nur die Kontrolle übernehmen. Die Kontrolle über die Fernbedienung, meine ich. Ah, noch eine Prüfung? Na dann mal los. Komm schon, konzentrier dich. Hä? Muss Leo jetzt Staub saugen? Sorry. Ich muss hier für eine Prüfung lernen. Kein Respekt. Was war das? Leo übt jetzt seine Musik? Ernsthaft? Hey! Kannst du damit aufhören? Ich versuche, hier zu lernen. Schon vergessen? Okay, das Üben ist offiziell vorbei. Siehst du? Mensch. Wo war ich? Ich brauch was, um mich zu beschäftigen. Das ist doch nicht zu laut, oder? Was ist nur mit dem Kerl los? Entschuldigung? Immer noch am Lernen. Ich wusste nicht, dass es so laut ist. Ich kann in diesem Haus nichts machen. Mir reicht es jetzt. Oh, so federnd. Ach ja? Ich werde dir mein Ende setzen. Genug gesprungen für heute. Ich kann genauso gut ein bisschen Spaß haben. Hm, vielleicht kann ich ihn ja versetzen. Oh, das wird einiges an Kraft erfordern. Ach, so schwer. Es hat tatsächlich geklappt. Zeit zum Aufwachen, Leo. Ja, was zum... Hi. Hä? Warte. Das ist Julie, oder? Hm, riecht so... Hey, das ist mein Mittagessen. Kannst du mal langsamer machen? Du Nervensägel. Hm, ich weiß, wie ich ihn zurückhole. Ich spule dieses Drama einfach zurück. Ah, pass auf, ich komme. Was für ein schöner Tag. Dieser Hooligan hat meinen Hut gestohlen. Oh, hallo. Ja, ich will. Hey, eine Gartenhochzeit. Pass auf. Wow. Du meine Güte, ich... Ihn hatte ich fast vergessen. Da. Das muss wehgetan haben. Hm, die Braut hat Pause, hm? Yay, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, oder? Wow. Warte, der Kinderwagen. Hä? Ist das ein Baby? Es rast auf die Straße zu. Keine Bange. Hilfe ist unterwegs. Gah. Ich werde dich retten, Kleines. Yes, es ist okay, Baby. Aber mein Job ist noch nicht erledigt. Dein Apfel. Habi, suchst du den? Hm, was ist gerade passiert? Ich rette nur den Tag. Wow. Gut aussehend und heldenhaft. Ich komme. Ich werde das Telefon retten. Ich bin fast da. Nur noch ein paar Schritte. Gah. Wo sind meine ganzen Sachen? Gah. Ich hab's. Oh oh. Mein Baby. Gott sei Dank geht's dir gut. Aber was ist mit meinem Handy? Oh, ich kann nicht glauben, dass du es aufgefangen hast. Ein echter Superheld, was? Ach, das war kein Problem. Ich kann mein Kinodate mit Julie kaum erwarten. Hm, ist das Haarband süß genug? Ich möchte, dass Leo mich hübsch findet. Oh je, ist das schon fast soweit? Ups. Weißt du, wir sollten wirklich los. Zuerst Make-up. Äh, Mädels und ihre Routinen. Wir werden den Film verpassen. Ich warte hier wie immer. Sie sollte langsam fertig sein. Hä? Ich hab es nicht verdient, so zu warten. Hä? Also, bist du jetzt fertig? Persönlicher Raum, hallo. Oh, das ist wie Folter. Ich werde bis Weihnachten hier sitzen. Zeit, um etwas Spaß zu haben. Gah! Leo, schau mal, was du getan hast. Hm. Er denkt, er ist lustig, was? Hä? Es ist schon nach neun. Und jetzt ist die Zeit endlich auf meiner Seite. Du magst Streiche, hm? Das sollte dich zum Lachen bringen. Was für ein passender Farbton. Und fertig. Hm. Was bist du doch für ein süßer Kerl. Oh, ich bin definitiv noch nicht fertig. Ein kleiner Farbklecks kann viel bewirken. Nur noch ein paar Striche hier. Aha. Dieses Make-up ist wirklich harte Arbeit. Au. Na, das sieht doch schon ganz gut aus. Noch einen Schritt. Stimmungsvolle Beleuchtung, bitte. Wow, das ist echt gruselig. Oder ist blau besser? Hm. Schwer zu entscheiden. Normales Licht reicht aus. Play. Hä? Was ist passiert? Ich brauche nur noch eine Minute. Jetzt sind wir beide geschminkt. Ich verstehe das nicht. Bin ich geschminkt? Ich sehe wahnsinnig aus. Sie hat es aber drauf. Die Linien sind verschwunden. Das ist interessant. Cool. Hübsch. Gut aussehend. Ernsthaft? Du hast unsere Lampen kaputt gemacht. Ups. Wünschst du dir, du könntest das Leben manchmal auf Pause stellen? Oder zumindest andere Menschen pausieren lassen? Das wäre sicherlich praktisch, solange du die Fernbedienung nicht verlierst. Hast du die schon gesehen? Teile dieses Video mit deinen Freunden und klick auf Abonnieren. Und da geht's? Hübsch.